Wir sind die SPD Berlin. Unsere Direktkandidatinnen und Kandidaten sind so verschieden wie die Kieze unserer Stadt. Da ist Schanzel, die als Kind einer Gastarbeiterfamilie aus der Türkei in Berlin geboren wurde. Oder Kevin Hönecke, der ehemalige Kfz-Mechaniker, der als erster Kevin in den Bundestag einziehen will. Der Russlanddeutsche Dimitri Geidel, der in Leningrad geboren und in Marzahn aufgewachsen ist. Die Juristin Eva Högl, die sich für sozialen Zusammenhalt in Berlin-Mitte einsetzt. Sie alle stehen für ein Berlin der Vielfalt, für die Hauptstadt der Freiheit. Wir kämpfen für eine offene, tolerante Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der Bildung nicht vom Geldbeutel abhängt. In der starke Schultern schwache tragen. In der Wohnen kein Luxus ist. In der jeder gleichen Lohn für die gleiche Arbeit bekommt. In der jeder heiraten darf, der Verantwortung übernehmen will. Wir vertreten die Berlinerinnen und Berliner im Deutschen Bundestag. Es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit.